Wir haben mal gehofft, dass die Batterien jetzt was länger halten. Das zieht sich aber schon wieder zu. Was passt damit mit dem Wetter? Da hinten ist es noch so schön, aber wenigstens liegt immerhin kein Schnee. Aber schön die Strecke bisher. Wunderbar. Wenn jetzt noch ein bisschen mehr grün da wäre, wäre es doch perfekt. Da ist die Autobahn da oben. Wenn das noch nicht lang geht. Das ist ein spannendes Stück an der Autobahn, geht das aber lang. Wollen wir mal gucken wo. Ach, da sind dringend. Da sind diese, ich weiß nicht wie die heißen. Wir gehen jetzt schliften. 235 Meter. Da sind aber keine richtigen Rehe. Das nicht. Keine Ahnung. Hier soll weg schon mal ein Bild machen. Das war, ich versuche mich. 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 Und das war auch. Untertitelung des ZDF, 2020